Ja, moin zusammen! Es geht weiter mit einem Video zu Aito, denn wir haben bis jetzt noch gar nicht über die Folge 11 und 12 gesprochen. Morgen kommen ja schon die neuen Doppelfolgen und deswegen wollen wir das jetzt natürlich noch nachholen und uns wie immer einstimmen auf die neuen Folgen. Ich bin heute ein bisschen müde, deswegen wird das wohl nicht ganz so euphorisch und ich glaube, ich werde mich nachher noch ein bisschen hinlegen. Heute Nacht bin ich irgendwie sechs oder sieben Mal aufgewacht, auf jeden Fall super, super oft und ich hatte so merkwürdige Träume, die so real waren, aber einfach so überhaupt gar keinen Sinn ergeben haben. Achso, Thema Trash-TV, Sophia Tomala war auch in meinem Traum vertreten und es war einfach super merkwürdig. Ja, ich weiß nicht warum, je länger die Schwangerschaft fortschreitet, desto realistischer und intensiver träume ich irgendwie. Also ich weiß nicht, ob das was mit dem Mond oder sowas zu tun hat oder doch dann wirklich mit der Schwangerschaft, aber naja, heute nicht ganz so fit, werde mich gleich nochmal hinlegen. Aber jetzt wollen wir erstmal dieses Video hier machen. Und wir starten mit dem Thema Jennifer, denn jemand wollte wissen, findet noch jemand Jenny auf einmal so krass unsympathisch? Und 58 Prozent, also wirklich die deutliche Mehrheit sagt ja, 22 Prozent sagen aber nein und ich habe eine dritte Antwort noch eingefügt. Ich sage euch gleich warum und zwar Fancy by Love Island schon unsympathisch. Das sagen 20 Prozent, also ein Fünftel. Warum habe ich diese Antwort eingefügt? Ich habe da die ganze Zeit nicht drüber gesprochen, weil ich euch wirklich auch nicht mehr wirklich begründen konnte, warum ich es so gefühlt habe. Aber als ich gesehen habe, dass der Cast für Aito angekündigt wurde und dass eben Jenny dabei ist, hatte ich so ein mulmiges Gefühl und dachte so, die hast du ja bei Love Island gesehen und die fand ich nicht so sympathisch. Irgendwas war mit der, aber ich habe da wie gesagt nie drüber geredet, weil ich es einfach nicht mehr wusste. Mein Gedächtnis ist in vielen Angelegenheiten echt nicht so gut und ich wusste, okay, es kann halt nicht so was unfassbar krasses gewesen sein, wie, weiß ich nicht, dieses Mobbing im Sommerhaus oder was weiß ich, was wir alles gesehen haben in Trash TV. Aber, also es kann halt nicht so unfassbar wichtig gewesen sein, aber da sind irgendwelche Sachen vorgefallen, weswegen ich sie einfach nicht so sympathisch fand. Naja, wie gesagt, deswegen habe ich mich nie wirklich dazu geäußert, weil ich selber nicht so wirklich greifen konnte, warum ich sie damals nochmal so unsympathisch fand. Ich habe dann irgendwann nochmal im Internet geguckt und unter anderem einen Artikel gefunden, ich lese es euch mal eben kurz vor, beziehungsweise nur die wichtigen Stellen. Jennifer Degenhardt bekommt Unterstützung von ihren Love Island Kollegen, zwar hat es die Brünette mit Dennis Felber in der Kuppelshow bis ins Finale geschafft, dort sind sie, glaube ich, als erst rausgeflogen. Doch, dass sie zwischenzeitlich Interesse an ihrem Mitstreiter Robin Wiedmann angemeldet hatte, irritierte die Fans. Die Zuschauer warfen ihr vor, dass ihre Gefühle für den Fitnesscoach nie echt waren. Deshalb sagte sie, äh, nee, dieser sagte deshalb nun sogar den geplanten Liebesurlaub nach Barcelona ab. Ihre ehemaligen Mitbewohner stehen jedoch weiterhin hinter Jenny. Ja, Promi Flash hat damals auch eine Umfrage dazu gemacht und die Leute gefragt, wie fandet ihr Jennifers Verhalten in der Love Island Villa? Und 724 Leute haben mitgemacht, davon haben 643 Leute gesagt. Ich habe auch meine Zweifel an der Aufrichtigkeit ihrer Gefühle und 81 Leute haben gesagt, ach, sie war einfach immer offen und ehrlich. Also, ja, kann sein, dass das daran lag, ist kein riesengroßes Drama, aber ich dachte mir, in den ersten Folgen, als Jenny auch so relativ gefeiert wurde auf Social Media, hatte ich schon das Gefühl, hm, abwarten, wenn sich das nicht nochmal dreht. Weiter geht's mit dem Thema Kim, Virginia und Mike, denn jemand wollte wissen, hat Kim eigentlich noch Gefühle für Mike oder macht sie das für Sendezeit? 35% von euch sagen Gefühle, 40% sagen Sendezeit, ziemlich ausgeglichen und 25% sagen beides. Ich bin hier bei den 25%, denn ich meine schon gesehen zu haben mit meinem pseudopsychologischen Nicht-Hintergrund, dass ich an einigen Gesichtsausdrücken und so von Kim festmachen konnte, dass sie schon getroffen davon war, dass das mit Mike und ihr jetzt doch nichts wurde und dass sie schon aufrichtige Gefühle für ihn in dieser Zeit entwickelt hat, das glaube ich schon. Aber ich glaube auch, dass Kim eine Person ist, die gerne Dinge auf die Spitze treibt, einfach um alles noch ein bisschen dramatischer darzustellen oder noch ein bisschen interessanter, sagen wir mal lieber, interessanter darzustellen, um eben auch Sendezeit zu generieren. Also deswegen glaube ich, dass beides da tatsächlich mit reinspielt. Und zu diesem Thema kamen in den letzten Tagen super viele Fragen, denn ein paar von euch haben mir eine Story von Kim geschickt, wo sie sich halt ganz normal, keine Ahnung, so ein bisschen präsentiert halt vor der Kamera, aber eine ganz besondere Kette trägt. Ich habe es hier mal rangesucht. Und zwar hat sie einen Kettenanhänger dran mit einem M. So, und dann habe ich euch gefragt, was glaubt ihr, was bedeutet das? 33% sagen Mike, also ein Drittel glaubt tatsächlich an ein Comeback. 14% sagen Mama, 27% sagen Musmitsch, keine Ahnung, mir ist nichts eingefallen. Und 26% sagen irgendwas anderes. So, ich würde es nicht ausschließen, aber irgendwie glaube ich da nicht so richtig dran. Vor allem glaube ich, wenn Mike und Kim wieder zusammengefunden hätten, was ja auch schön gewesen wäre, na klar, dann hätte ich den beiden oder würde ich den beiden alles Gute wünschen, dann glaube ich allerdings nicht, dass Mike sich vor die Kamera gesetzt hätte, also jetzt in seiner Story, in der Monate nach dem Dreh, und gesagt hätte, ich bin so ein straighter Typ und ich mache das so und so, wenn einer bei mir verkackt, dann kriegt der auch keine Chance mehr. Beziehungsweise, ich habe Kim schon mal eine neue Chance gegeben und die hat sie ebenfalls verkackt. Und wenn jemand mich beleidigt, dann geht das auch absolut gar nicht und so. Ich glaube einfach, dass er dann ein bisschen anders gesprochen hätte. Vielleicht ein bisschen besänftigender und ein bisschen so, ja, das war alles scheiße, aber, naja, keine Ahnung, sehe ich jetzt vielleicht ein bisschen anders und gar nicht so dramatisch. Aber aufgrund der Storys, die er gemacht hat und dass er halt weiterhin so daran festgehalten hat, dass das alles die richtige Entscheidung war und dass er sich nicht beleidigen lässt und dass er sich nicht verarschen lässt und so, glaube ich da irgendwie nicht so richtig dran. Und das mit der Kette hat mich persönlich sehr an Adrian und Justina von Temptation Island erinnert. Vielleicht erinnert ihr euch auch noch daran, dass als Temptation Island Normalo, die letzte Staffel ausgestrahlt wurde, ja auch schon immer spekuliert wurde, was ist aus dem und dem Paar geworden und da gab es bereits Gerüchte darüber, dass Adrian tatsächlich mit Justina zusammen ist und nicht mehr mit Charlene. Und dann hat man eben auch Storys von Justina gesehen, wie sie eine Kette getragen hat mit einem A-Anhänger. Also für Adrian, Fragezeichen, ja, war so. Und das hat mich so ein bisschen daran erinnert, vielleicht hat Kim sich davon inspirieren lassen, entweder weil es wirklich so ist, dass sie mit Mike zusammen ist oder weil sie einfach die Gerüchteküche noch ein bisschen anheizen will. Ich glaube, dass Justina und Adrian das auch damals ein bisschen extra gemacht haben, damit die Leute darüber reden, ist ja auch absolut okay. Aber ich glaube auch hier, dass sie sich das vielleicht so ein bisschen von Adrian und Justina so abgeguckt hat, um auch hier wieder die Gerüchteküche ein bisschen anzuheizen. Eine weitere Frage zum Thema Kim, die kam, war, seit wann sind Kim und Shakira wieder Freundin? Ja, das kann man sich zurecht fragen und das wurde auch tatsächlich nicht in den Folgen gezeigt. Sie haben sich ja am ersten Tag total gestritten und beleidigt, also Kim hat Shakira beleidigt, aber an Tag zwei haben sie sich dann schon wieder vertragen, ist nur komplett an uns vorbeigegangen. Ich würde sagen, wir kommen nun zum Thema Sandra und Paco, denn jemand von euch wollte wissen, Pacos klare Ansage an Sandra war hart, aber fair. Ja, auf jeden Fall sagen 77 Prozent von euch, eher ja sagen 16 Prozent, eher nein sagen 4 Prozent und nee ging gar nicht sagen 3 Prozent. Ich muss auch sagen, ich fand es gut. Klar ist das nie schön zu hören, wenn jemand zu dir sagt, ich finde dich zwar nett, aber ich kann mir nichts mit dir vorstellen und keine Ahnung, du bist doch gar nicht mein Typ und bla bla bla, ist natürlich jetzt nicht so sonderlich toll und da kommt es auch immer ein bisschen darauf an, wie das eigene Selbstbewusstsein ist. Eigentlich sollte ja jedem von uns bewusst sein, dass jeder einen anderen Typ hat und dass keiner von uns, egal wie schön oder attraktiv oder was auch immer wir sind, bei jedem Menschen gut ankommen werden. Muss doch gar nicht sein. Die einen kommen besser an, die anderen vielleicht nicht ganz so gut. Sandra ist ja eine Person, die generell ziemlich gut ankommt, nur hier bei Paco eben klar für Sexuelle so ein bisschen, aber dann eben nicht in die Beziehungsrichtung. Und klar ist das auch scheiße, vor allem wenn man sich eventuell auch ein bisschen mehr mit der Person vorstellen kann, aber ich würde dann doch sagen, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Genau. Irgendwer bei Promi-BB hat mal gesagt, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schreck. So kann man das auch sagen. So, deswegen erst mal Daumen hoch für Paco, dass er hier jetzt eben ehrlich ist und Sandra auch wirklich nichts vorspielt, um sie irgendwie ins Bett zu kriegen oder was auch immer, sondern ihr klipp und klar sagt, wenn man so mit Beziehungen, da wird das auf jeden Fall nichts mit uns beiden. Das ist schon mal gut. Und ich glaube auch, dass, ich weiß jetzt nicht, ob Sandra dazugehört, aber dass einige Personen es auch oft brauchen, dass man es ihnen wirklich klipp und klar sagt, damit sie es verstehen. Weil ich auch so im persönlichen Umfeld einige Leute kenne und bestimmt auch früher selber mal so war, dass man bestimmte Körbe nicht so wirklich wahrhaben will und wenn das nicht so explizit wirklich klipp und klar ausgesprochen wird, dass man sich denkt, ah, vielleicht überlegt er sich das doch noch mal anders oder sie, vielleicht wird das ja doch noch mal was. Gucken wir mal, wenn man das halt so ein bisschen vorsichtiger und schwammiger formuliert. Deswegen, ja, lieber zu klar als zu schwammig. Noch mal Thema Kim Virginia. Und zwar hat jemand geschrieben, Kim Virginia zum wiederholten Mal absolut sexuell übergriffig. Und dieses zum wiederholten Mal, was hier in Klammern geschrieben ist, ist darauf bezogen, was bei Temptation Island mit Abdu vorgefallen ist. Ihr werdet euch mit Sicherheit dran erinnern. Ja, war übergriffig, sagen 66%. Eher ja, sagen 23%. Eher nein, sagen 8%. Und nein, das war okay, sagen 3%. Also ich finde Kim auch sehr, sehr penetrant. Sie hat selber in einer Story geschrieben, ja, bei mir wird das immer kritisiert, aber was ist denn zum Beispiel mit einer Daria, die ja auch versucht hat, Danilo zu küssen. Und das ist natürlich absolut richtig, dass Daria auch versucht hat, Danilo zu küssen. Ich finde nicht, also ich verstehe schon das Konzept von nach Konsensfragen auch aktiv, so darf ich dich küssen und so. Ich finde nicht, dass das immer notwendig ist. Also ich wurde auch, wenn ich jetzt zurückdenke in meinem Leben, ich glaube, keine Ahnung, wurde ich überhaupt jemals gefragt, weiß ich nicht. Es kann halt auch so ein bisschen Abtörner sein. Es gibt aber auch Leute, die da drauf bestehen und die das immer machen möchten und die das auch romantisch finden und so. So kann ja jeder seine Vorliebe haben. Ich bin so ein Typ, ich mag es eher, wenn sich das so beidseitig eben aufbaut, wenn man sich so ein bisschen annähert und naja, beide fühlen eben schon so, wir küssen uns gleich und dann ist es eben irgendwann, soweit ihr wisst mit Sicherheit, was ich meine, wenn ihr schon mal jemanden geküsst habt. So, dann gibt es aber Leute, wie zum Beispiel Dominik Stuckmann beim Bachelor, der selber von sich sagt, ey, manchmal kann ich das nicht so richtig beurteilen. Ich weiß dann nicht, ob die Frau mich küssen will oder nicht, weil ich irgendwie in manchen Situationen anscheinend nicht so feinfühlig bin und deswegen frage ich dann manchmal lieber oder mache so eine Andeutung, so von wegen, na, wie wäre es mit einem Kuss und komme dann so ein bisschen näher und dann gucke ich ja, sieht man ja, wie die Frau reagiert und das finde ich auch eine gute Lösung, wenn man von sich selber weiß, dass man einfach nicht so feinfühlig ist und das vielleicht auch einfach gar nicht checkt manchmal. Aber bei Kim ist es eben so, dass sie extrem penetrant ist und ich finde, der Unterschied zwischen Kim und Daria in diesen Situationen war, dass Daria, ja, sie hat es versucht, vollkommen richtig, Danilo hat seinen Kopf weggedreht und Daria ist sofort zurückgegangen und hat es gar nicht weiter versucht und hat gesagt, oh nee, oh, keine Ahnung, also hat sich so angehört, so nach dem Motto, wie peinlich oder oh nee, warum doch nicht, keine Ahnung, was sie damit meinte, aber ist halt sofort zurück auf ihre Bettseite gegangen und er hat sie dann ja auch noch so ein bisschen in den Arm genommen. Bei Kim wiederum war es so, dass sie halt das nicht gecheckt hat, als Tisi seinen Kopf so weggedreht hat und sie ja eigentlich gar nicht küssen wollte und sie halt die ganze Zeit immer näher kam, statt sich zu entfernen und ich finde, dass Kim eventuell auch so eine Person ist, die Zeichen nicht versteht, nicht lesen kann und wenn man das nicht kann, klar, das kann man vielleicht dann bis zu einem gewissen Maße auch trainieren, aber wenn man nicht in der Lage dazu ist, solche Zeichen zu deuten, weil ja glaube ich für jeden oder für fast jeden offensichtlich war, dass Tisi sie nicht küssen wollte und sich dann irgendwann später doch darauf eingelassen hat, aber wenn man diese Zeichen eben nicht deuten kann, dann weiß ich nicht, dann kann man vielleicht auch einen verfragen. Aber schreibt sehr gerne mal in die Kommentare, wie ihr diese Situation eingeschätzt habt, ob ihr Kim da übergriffig gefunden habt und auch sehr gerne, wie ihr den Unterschied zwischen Kim und Daria beurteilt, denn im ersten Moment dachte ich mir schon, hm, stimmt, Daria hat ja auch versucht, Danilo zu küssen, dann habe ich ein bisschen darüber nachgedacht und habe eben doch schon Unterschiede festgestellt, die ich ja gerade erläutert habe. Aber schreibt, wie gesagt, sehr gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Okay, nächstes Thema und zwar wollte jemand wissen, findet ihr die Dates am langweiligsten in der Show? Und ja, langweilig sagen 86 Prozent, ein bisschen sagen 12 Prozent und nee, ich finde die Dates mega sagen 2 Prozent. Ja, ich bin hier tatsächlich auch im Team ja, langweilig. Also ich gucke sie mir an, nicht immer. Es gibt auch Dates, die ich tatsächlich vorspule. Aber ja, ich gucke die mir an, aber ich interessiere mich nicht wirklich dafür. Das ist aber in anderen Shows auch so, nicht nur bei Aito, sondern auch irgendwie bei, keine Ahnung, Ex on the Beach, Bachelor und so, dass ich mich mehr, also nee, beim Bachelor gibt es ja nicht so viel Hausgeschehen, aber prinzipiell interessiere ich mich mehr für das Geschehen im Haus als für die Dates. Dann müssen wir natürlich auch über das Thema Marvin und Shakira sprechen, denn jemand hat geschrieben, Marvin macht alles richtig, Shakira übertreibt. Team Marvin sagt 32 Prozent, Team Shakira sagen 7 Prozent, beide machen Fehler, sagen 60 Prozent und beide Supi sagt tatsächlich noch 1 Prozent. Also ich schließe mich hier der Mehrheit an und sage, beide machen Fehler. Das Einzige, was ja sonst noch so richtig relevant ist von den Stimmen her, ist Team Marvin, würde ich aber ehrlich gesagt nicht anklicken, weil Marvin halt auch tatsächlich lügt. Das wäre für mich was anderes, wenn er Shakira die Wahrheit sagen würde, auch was da beim Date mit Jenny besprochen wurde und so. Das macht er aber nicht und das mag ich nicht. Ich finde, man sollte immer mit offenen Karten spielen und die Wahrheit sagen, wenn Shakira ihm dann immer noch hinterherläuft und immer noch, keine Ahnung, mit ihm schlafen will und alles Mögliche, ja gut, dann ist das eben ihre freie Entscheidung. Aber dann hätte sie wenigstens alle Informationen und würde eben nicht belogen werden. Und das ist das, was ich nicht in Ordnung finde. Deswegen hier bin ich hier bei der Mehrheit, beide machen Fehler. Sowohl Shakira, die halt wirklich krass ihre Lage übertreibt und die mich auch teilweise an Emmy Russ erinnert hat, dieses theatralische und geschauspielerte. Ich habe ja da auch manches, so wie das auf die Spitze getrieben wurde, nicht abgenommen, muss ich sagen. Aber Marvin, ja, bei ihm finde ich die Lügen halt nicht in Ordnung. So, wir haben noch drei weitere Fragen, die wir jetzt aber sehr schnell abhandeln werden. Und zwar erstens, glaubt ihr, Shakira macht dieses Drama nur für Sendezeit oder ist sie wirklich so? Relativ ausgeglichen, für Sendezeit sagen 39 Prozent, ist wirklich so, sagen 45 Prozent und beides sagen 16 Prozent. Also, ich glaube, dass Shakira auch im wahren Leben wahrscheinlich so ein bisschen eine Drama-Maus ist und ein bisschen, ja, wahrscheinlich eh im Liebesleben sieht man ja nicht so ein glückliches Händchen hat. Aber ich glaube auch, dass sie ähnlich wie Kim alles auf die Spitze treibt, nur noch mehr als Kim. Und dass sie mich in vielen Situationen wirklich, wie gerade schon gesagt, an Emmy erinnert hat, die auch absolut theatralisch manchmal ist. Zweitens, wer ist auch traurig über Darias Auszug? Und da sagen 63 Prozent ich und 37 Prozent sagen ich nicht. Ich persönlich muss sagen, ich bin nicht traurig darüber. Von Daria und Fabio hat man leider sowieso nicht viel mitbekommen. Wahrscheinlich auch, weil das zwischen den beiden wohl sehr, sehr harmonisch war die meiste Zeit. Deswegen hat man die eh nicht viel gesehen, hätte ich mir auch ein bisschen anders gewünscht oder vorgestellt. Aber ich habe Daria auch eigentlich gar nicht kennengelernt. Also ich kann mir, ich habe Jeremy's Next Topmodel damals nicht gesehen. Ich habe dann nur gehört, dass sie voll die krasse Zicke war, was sich natürlich in acht Jahren auch wirklich ändern kann. Damals war sie ja noch sehr, sehr jung. Jetzt mit 30, da gibt es viele Leute, die sich zwischen 22 und 30 sehr stark verändern. Aber wirklich kennengelernt habe ich sie nicht. Und deswegen bin ich da auch nicht traurig drüber. Und die letzte Frage. Alicia sieht man leider viel zu selten. 72% sagen ja, voll schade. 9% sagen eher ja, 3% sagen eher nein und 16% sagen nein, wenn es halt nichts gibt. Ich glaube, wir haben da tatsächlich schon mal drüber gesprochen, über dieses Thema. Deswegen auch hier wieder nur ganz kurz. Ja, ich mag Alicia auch sehr, sehr gerne. Ich finde sie total sympathisch, total lieb, sowohl bei Temptation Island als auch hier, was man von ihr sieht. Aber das Ding ist, aus Produktionssicht, wenn halt um Alicia herum nichts passiert, also wenn sie keine wirkliche Dating-Geschichte hat, wenn es kein Drama oder Stress um sie gibt und wenn sie auch nicht irgendwie ganz besonders lustig ist, wobei Fabio und Steffen sind auch lustig und kriegen auch kaum seine Zeit. Naja, aber wenn es da eben nicht viel zum Zeigen gibt, dann wird sie eben auch nicht gezeigt und dann entscheidet die Produktion sich halt eher dafür, die Geschichten zu zeigen, wo mehr los ist. Deswegen, ja, schade, aber irgendwie auch absehbar, dass sie bei diesem Cast, der wirklich sehr explosiv ist, wahrscheinlich ein bisschen untergeht. So, und das war's mit diesem Video. Schreibt sehr gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt und wenn ihr schreibfaul seid, dann kennt ihr das alte Spiel. Postet gerne eure Emojis, Herzen, Sonnen, was auch immer ihr wollt, in die Kommentare, um mich ein bisschen zur Unterstützung bei, äh, nee, zu unterstützen bei meiner Reichweite und dem Algorithmus. Okay, genug geredet. Ich bedanke mich, bis zum nächsten Mal und tschüss. Mua! Tag, 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 Tag Tag